Mein Name ist Julia Sackers. Ich arbeite hier im Technologie-Management-Team und bin zuständig für das vegetarische Sortiment. Als ich damals zur Hecona gewechselt habe, da bestand die Wegi-Linie noch nicht. Dementsprechend haben wir dann die Linie komplett neu aufgebaut. Eine sehr interessante Herausforderung. Das Projekt mit dem Green Mountain Burger hat besonders viel Spaß gemacht, da wir komplett neu angefangen sind. Die ganzen Prozesse, die wir bis dato so definiert hatten, haben wir neu konzipiert, haben neue Rohwaren verwendet. Und das war sehr interessant, frische Gedanken mit reinzubringen und so ein gutes Produkt dann schlussendlich zu bekommen. Zum Klettern bin ich gekommen. Da hatten wir einen niederländischen Austausch von der Schule. Da waren wir in einer Kletterhalle. Dann bin ich auf dem Verein getroffen. Dort habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt, der mein Trainer ist. Beim Klettern ist es wichtig, immer den Fokus zu behalten. Man muss die Touren richtig planen. Man muss sich selbst einschätzen können. Man muss auch die externen Faktoren richtig einschätzen. Da muss das Wetter passen. Die Länge von dem Klettersteig muss passen. Bei der Hilkona gefällt mir besonders, dass wir so unterschiedliche Mitarbeiter haben, die sehr bunt sind. Genauso bunt wie unser Sortiment. Die Länge von der Hilkona. Ich habe das Wort. ional saker. ine itaggi. Aber das Spiel noche kommen.